Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Eine Frau gibt eine Annonce auf. Suche einen netten Mann, der mich nicht verlässt, nicht verprügelt und auch noch gut im Bett ist. Zwei Wochen später läutert es bei ihr an der Tür. Sie öffnet und vor ihr steht ein Mann im Rollstuhl, ohne Beine und ohne Arme. Er sagt, ich bin hier wegen der Annonce. Sie sehen, ich werde ihn nicht davonlaufen und verprügeln werde ich sie auch nicht. Sagt die Frau. Okay, und was ist mit dem guten Bett sein? Worauf der Mann antwortet. Was glauben Sie, wie ich geläutet habe? Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, erzählt ihn weiter, teilt ihn mit euren Lieben und Freunden. Habt einen guten Start in die Woche damit. Und wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut. MabacherTV. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche wieder. Baba. B Vielen Dank.